Aber wenn man sich Johnny Depp so anguckt, von dem würde ich mich vergewaltigen lassen. Und los. Also, das waren die News diese Woche. Endlich. Oh, Tino, das ist aber schön, dass du hier zwischen Türen, Angel und Familie und Corona und Husten dann doch noch ein bisschen Zeit gefunden hast. Ja, ebenso, Robin, ebenso. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, Tino. Ich habe spontan entschieden, ich gehe niemanden besuchen. Die können mich alle mal gerne haben. Echt? Gar niemanden? Ja. Ich hatte vor mittlerweile zwölf Tagen Kontakt mit einer Person, die jetzt positiv ist. Und das ist super, super unwahrscheinlich, dass ich da jetzt noch irgendwas habe, weil ich auch immer noch keine Symptome habe. Ich glaube, heute ist sogar schon der 13. Tag. Aber dennoch dachte ich mir, das ist es nicht wert irgendwie. Ich hätte wahrscheinlich sowieso nur meine Mutter besucht, wenn überhaupt. Aber dann dachte ich mir, dann lasse ich das sein. Das ist es nicht wert. Dann kann man das auch ein bisschen verschieben. Und Weihnachten ist ja auch nur eine Zahl, ne? Ja, deine Familie ist ja auch Dion und Julka. Julka ist nicht da, aber ja. Ich bin hier mit Dion alleine in der Wohnung und ich verzweifle. Oh nein. Aber es geht schon. Beauty and the Nerd. Alleine in Weimar. Stimmt, stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst. Vielen Dank für das Kompliment. Ich habe nicht gesagt, wer wer ist. Hallo? Dion ist doch... Ist egal. Dir ging es aber anders. Du hast jetzt hier richtig... Ja, du bist hier richtig in die Vollen gegangen. Hast einmal Rundumschlag gemacht. Oder wie viele Leute hast du denn getroffen? Nee, ich muss dich echt korrigieren leider. Denn in meinem näheren Verwandtenkreis gab es einen positiven Corona-Fall. Und zwar... Auch noch. Genau, Heiligabend. Was? Ja, und zwar... Ich will nicht sagen, wer es konkret ist, aber eine Person, die ich besuchen wollte. Und zwar gestern eigentlich, so Heiligabend. Und es hieß dann, ja, er ist zum Corona-Test gegangen und wir erfahren das Ergebnis dann hoffentlich noch vor Weihnachten, aber erst Heiligabend, irgendwie 16 Uhr, kam dann irgendwann die Nachricht, dass die Person, die ich treffen wollte, positiv ist. Und es ist meine ganze nähere Familie in Quarantäne. Und ich habe dann mit meiner Freundin quasi Weihnachten gefeiert und, ja, jetzt ist es anders gekommen, aber trotzdem haben wir eine kleine Runde gemacht und, ja, es waren doch weniger Menschen als geplant. Schön, Tino. In diesem Sinne frohe Weihnachten! Ganz etwas Besonderes. Also ich habe die Zeit für mich auf jeden Fall besonders genutzt, denn Weihnachten ist das einzige Mal im ganzen Jahr, wenn man unten in der Tiefgarage vom Atrium Skateboard fahren kann, ohne aufs Maul zu bekommen. Ist das so? Ja. Ist denn sonst immer so ein Security-Typ da oder wie? Genau, genau. Und alles voller Autos und so. Und jetzt ist es gerade komplett leer. Der Boden ist der beste Boden in der ganzen Stadt. Es ist einfach nur geil. Das war mein kleines Geschenk an mich. Ja, dafür ist doch Weihnachten gemacht worden, um straflos in Tiefgaragen Skateboard fahren zu dürfen. Danke, Jesus. Wichtig. Danke für dieses Geschenk. Unser Geschenk an euch, liebe Zuhörer, ist ein Brennpunkt, obwohl Weihnachten ist. Nehmen wir das für euch auf. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenbahn. Bo-born. Von Tino Anranjo. Und Räupen Nostrabumsi. Geil. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Cold Opener. Es ist so viel passiert die Woche, bestimmt. Meine Notizen sind all over the place, weil das hier gerade sehr spontan passiert. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Im Endeffekt ist doch, Weihnachten ist doch in aller Munde. Wie ich damals auch schon ein Lied geschrieben habe, wir feiern heute die jungfräuliche Vagina von Maria. Das ist wirklich ganz, ganz toll, dass Gott, die von hinten bis vorne durchgeknechtet hat, dabei ein Kind entstanden ist und sie trotzdem Jungfrau geblieben ist. Wie hat sie denn das gemacht, Tino? Ich glaube ja, eh, dass es alles nur ein riesiges Missverständnis ist, dass die Maria eigentlich fremd ging und dann, als Josef fragte, ob kommt denn das Kind her, sie aus der Not gesagt hat, ja, das war Gott. Und dann hat es sich irgendwie hochgeschaukelt und heute feiern wir Weihnachten, noch 2000 Jahre später. Weil die damals genauso bescheuert waren wie die Leute heutzutage, die wirklich alles glauben, haben die dann direkt eine Religion draus gemacht. Und ich dachte, ach, habt ihr doch gehört, der Josef, der hat dem seine Alte, die hat ja mit so einem Gott gefickt. Hildmann, jawoll. Lass das mal aufschreiben und dann in den Krieg ziehen dafür. Solche Leute sind das. Ja. Eventuell. Ja. Ach ja, das heilige Weihnachtsfest. Ich habe meinen alten Song dann nämlich mal wieder ausgekramt, für den meine Oma mich heute noch hasst. Und habe mich da sehr, sehr gefreut. Am Ende, wenn Gott nur wüsste, der Mund, den er küsste, war immer für Josef da. Da freue ich mich jedes Mal. Es ist einfach großartig. Meine Oma hat mittlerweile übrigens Corona. Oh no. Genauso wie mein Opa. Und das, obwohl sie keinen Kontakt hatten. Das heißt, unabhängig voneinander. Ihr scheint es ganz gut zu gehen im Anschluss an diese Sendung. Werde ich sie auch nochmal anrufen. Das mache ich gerade jeden Tag. Und wir drücken mal die Daumen. Das ist hier gerade echt nicht so geil, muss ich sagen. Thüringen hat die zweithöchste Inzidenz in ganz Deutschland. Das ist uncool. Ja, auf einmal. Selbst in Japan, das ist ja quasi für mich Stadt Malle, das 17. Bundesland, gehen auch gerade die Zahlen hoch. Denn dort gibt es auch jetzt diese neue Variante des Virus, die letzte Woche quasi in England entdeckt, nicht wirklich, sondern bestätigt wurde, die quasi noch ansteckender ist. Japan hatte ja immer sehr, sehr geringe Zahlen. Und jetzt auf einmal sehr viele Tage hintereinander. Über 3.000, zuletzt 3.700. Das ist für Japan ziemlich viel. Für Deutschland allerdings ziemlich wenig, Tino. Was ist denn da los? Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe jetzt auch gelesen, dass in der Antarktis jetzt auch endlich der Coronavirus angekommen ist. Das heißt, Corona gibt es jetzt weltweit. Was wäre denn gewesen, wenn der Weihnachtsmanne in Quarantäne gekommen wäre? Also meiner ist nicht in Quarantäne. Ich esse hier nämlich gerade Ritter Sport. Kein Product Placement. Aber ich habe das mal in einem Stream erwähnt. Und da hat Tom mir direkt, ich weiß gar nicht, neun oder zwölf Ritter Sport geschickt, der Wahnsinnige. Oh, liebe Grüße. Welche Sorte? Alle möglichen. Also jetzt gerade esse ich Marzipan, die ich überraschend gut finde. Ich weiß gar nicht, warum. Die Kombination mit dieser Zartbutterschokolade ist einfach geil. Das ist das Beste, finde ich. Marzipan und Schokolade ist großartig. Ja, nicht alles. Also es gibt diese komischen Kugeln da und die sind richtig widerlich. Aber ich glaube, da ist auch gar keine Schokolade dran. Das ist, glaube ich, nur Marzipan. Ja, diese Kartoffeln, diese kleinen. Oh, widerlich, Alter. Richtig geil. Das findest du geil? Ja. Na gut. Tino, raus. Marzipanen und Lakritze. Beste. Ja, wir haben ja hier so ein paar Prognosen immer in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, die 1000 Tode am Tag von Herodes prognostiziert, die haben wir immer noch nicht erreicht. Wir waren jetzt zweimal ganz, ganz knapp davor. Aber, holy shit, ich glaube, nach Weihnachten, da kommt da nochmal ein ordentlicher Spike. Ich befürchte leider auch, durch die ganzen Familien zusammentreffen, dürfen wir uns vermutlich nicht freuen auf hoch schießende Zahlen. Und dann werden sich alle die Frage stellen, ob es das wert war. Mhm. Deswegen. Also ich kann mir dann immerhin auf die Schulter klopfen und habe gesagt, dann gehe ich halt nicht dahin zu muttern. Und wenn sie dann das doch kriegt, muss ich kein schlechtes Gewissen haben wenigstens. Ähm, ja, aber das ist alles so. Auch dann innerhalb der Familie wurden dann schon WhatsApp-Gruppen gemacht. Und dann wurde wieder, ah ja, wollen wir uns absprechen? Wie, was, wo? Und wann seid ihr wo? Und können wir doch zusammen? Und so. Dann habe ich ganz klar gesagt, nee, come on. Ich beobachte hier die Zahlen. Thüringen hat echt, sieht nicht gut aus. Fand ich übrigens auch witzig. Nur so am Rande, ja. Ich will jetzt nicht schön ein politisches Fass aufmachen. Aber ich glaube, Volksverpetzer oder so, irgendwo hatte ich was gesehen, wo man eine AfD-Wahlkreiskarte vergleicht mit der Corona-Karte. Und die Hotspots sind da exakt identisch. Das kann kein Zufall sein. Ist dir das auch? Also es war aber auch, ich glaube, die AfD-Zahlen zur Europawahl 17 oder so. Das ist nicht mehr ganz aktuell wahrscheinlich, aber, ne? War interessant. Es kursiert auch gerade zum Thema Viralität ein Video durch das Netz, also über die AfD, in der Leute verschiedene Sachen äußern. Zum Beispiel, zuerst die Alten impfen, die müssen wir zuerst retten. Und dann sagt ein anderer AfD-Typ, wie, das ist der größte Fehler, wir dürfen nicht zuerst die Alten impfen, zuerst die Jungen. Woran man schön in diesem Video sieht, wie widersprüchlich diese Partei eigentlich ist. Und dass ich mich deswegen umso mehr frage, wie es kommt, dass so viele Menschen die wählen. Aber es kann sein, dass die gleichen Leute, die immer nur das hören wollen, was sie hören möchten, oder das suchen, was sie hören möchten, dass sie auch deswegen die AfD wählen, weil sie bei der AfD alles finden. Ja, das ist ja ähnlich wie bei Trump. Trump sagt ja auch gerne mal alles in jede Richtung. Ja. Und dann pickt man sich halt das raus, was einem zusagt. Aber wir wollen nicht plumpes AfD-Bashing machen. Nee, nicht nur. Nee. Du unangenehm Linker, du. Auch noch Hildmann-Bashing, der hat jetzt ein Nacktbild von sich veröffentlicht. Also nicht ganz nackt, nur mit dem Handtuch bekleidet. Und mit den Worten, irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre, oder wie alt der jetzt ist, fleischfreie Ernährung und Kampf für Deutschland und das mit so einem Stahlkörper. Oder 40 Jahre ist er, glaube ich, geworden. Keine Ahnung. Das mit dem fleischlosen Leben ist richtig. Da irrt er sich nicht. Aber dieser Kampf für Deutschland und Patrioten müssen so aussehen, das wirkte schon sehr, sehr lächerlich. Patrioten müssen Gemüse essen, Tino. Bist du ein Patriot, du scheiß Veganer? Nee, ich bin ein, ein Pflanzenpatriot. Jetzt verstehe ich auch, woher dieses Veganazi herkommt. Ja. Vegetaria, ne? Mhm. Schlimm mit euch. Ja, selber. Ja, wohl wahr. Du Vegetaria, du. Obwohl ich, also ich habe gestern bestellt bei, wir machen heute, heute ist die große Werbesendung. Können wir auch mal, können wir auch mal Shoutouten hier zu Weihnachten. Da gibt es mal gratis Werbung von uns. Weimar Kebabhaus, glaube ich. Das war der einzige Schuppen, der gestern auf hatte. Ich war zu Hause. Ich war mir so sicher, ich kriege das hin, am 24. was noch zu essen zu kaufen. Pustekuchen. Da gab es Fake News im Internet und deswegen stand ich dann vor geschlossenen Türen. Und dann habe ich abends bestellt. Und naja, war jetzt nicht ganz so gut. So viel zu Werbung auf jeden Fall. Hast du da schon mal gegessen? Wo ist denn der? Das ist Erfurter Straße gegenüber vom Bergerer Bahnhof. Nee, also ich kenne den Laden. Da hat ein Freund von mir mal gearbeitet, aber da war ich noch nie essen. Das war wirklich der einzige Lieferdienst, der auf hatte. Da war gestern, hier war also wirklich ein Freudenfest. Die Pommes waren wohl sehr in altem Fritteusenfett eingelegt. Das hat mich gar nicht so gestört. Ich konnte gestern sehr gut riechen. Meinte dann aber im Salat, Fisch zu riechen. Das war ganz, ganz seltsam. Ja. Hoffentlich war es Fisch. Deswegen bin ich, wegen Vegetarier, bin ich da jetzt überhaupt nur drauf gekommen. Ja. Egal. Wo du gerade vom attraktiven Hildmann geredet hast, ja, der sich traut, so zu präsentieren. Ich will noch mal eine alte Sache auspacken. Die ist jetzt nicht diese Woche passiert, aber ich habe diese Woche mich damit beschäftigt. Du hattest das, glaube ich, mitgekriegt. Ich glaube, du hattest das im Brennpunkt erwähnt, dass Harry Styles sich in so einem Kleid gezeigt hat. Kann das sein? Äh, weiß ich nicht mehr. Ist schon eine Weile her, wa? Ja, so einen Monat ungefähr. Harry Styles kennst du aber. Ja, klar. Süßer Boy. Genau, fürs Cover der Vogue hat der sich in so einem Frauenkleid gezeigt. Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Genau, ja. Genau. Und das hatte ich schon wieder verdrängt, bin dann aber durch irgendwie, ach genau, ein Video von Shoe on Head, die gute June, die macht auch immer so gerne, ja, Videos, auch gegen Feminismus, aber auch gegen die Alt-Rights, sag ich mal. Und, äh, diese ganze Alt-Rights-Szene, die ja sagt, oh ja, Small Government und so viel Freiheit wie möglich, ne, die ist völlig durchgedreht bei diesem scheiß Kleid-Gleid-Thema, Alter. Da gibt's dann Ben Shapiro, kennst du vielleicht, ne? Ja. Seine Schwester, wusste ich auch gar nicht, dass seine Schwester hat, die ist richtig durchgedreht, und Candace Owens, die auch unter unserem Podcast schon erwähnt wurde als eine sehr intelligente, konservative, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig, ja. Ein Nazi, sag's doch. Ja, ja, sie hat mal, sie hat mal so, so vom, ich glaube, vorm Kongress so Hitler verteidigt, jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst, ist nicht, also kein, doch kein Nazi, ne, ne, ne. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr plakativ, wie ich das sage. keine Zeit, das jetzt auszuführen. Auf jeden Fall hat die gesagt, nein, du darfst kein Kleid tragen. Also du darfst, du willst jede Freiheit und wir sind die, die Partei von, von Freiheit und Leben und so, ne. Aber ein Mann darf auf keinen Fall ein Kleid tragen. Warum sind die denn so angegriffen von dieser Scheiße, Alter? Und warum? Hat sie auch einen Grund genannt? Ja, weil, das ist das klassische, Männer- und Frauenbild kaputt macht und wenn es keine starken Männer gibt in einer Gesellschaft, dann geht die Gesellschaft unter. Das heißt, sie diskreditiert Frauen irgendwie indirekt selber, dass sie sagt, dass Frauen schwach sind. Also erstens ist Kenneth Owen oder Owens jemand, die selber sehr, sehr viel Kleidung trägt, wo man sagen würde, also so vor 50, 60, 70 Jahren hätten Frauen das nicht Kleidung nennen dürfen. Das sind eher so Anzüge, die schon fast männlich aussehen bei ihr. Und zweitens dieses Bullshit-Argument, weil irgendwie zwei, drei Leute sich denken, oh, ich hab jetzt mal Bock ein Kleid anzuziehen und Harry Styles hat das ja nicht mal gemacht, weil er da richtig Bock drauf hatte, sondern um ein Statement zu setzen. Ist aber scheißegal, also ob er Bock trat oder fach. Also es ist ja voll sein Ding. Aber deswegen sind doch die Machos nicht plötzlich weg, nur weil ein paar Leute ein Kleid anziehen. Das finde ich auch sehr, sehr rückschrittlich. Also solche Personen wie sie werden halt irgendwie in der Zukunft ausgelacht werden, davon ist auszugehen, wie man sich über so einen Schwachsinn aufregen kann. Ja, diese Zeit da rein zu investieren überhaupt. Aber ich kann sie auch gerade gar nicht einordnen. Du hast gesagt, sie ist sowohl gegen All's Right, aber auch gegen Feminismus. Nee, 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 das war Shoo on Head, das ist eine YouTuberin, die kritisiert das gerne. Und die hat ein Video darüber gemacht, über dieses mit dem Kleid. Ach so. Dass die Rechten beziehungsweise die konservativen Leute ein großes Problem mit den Fanboys haben. Also Jungs, die sich feminin kleiden. Weil da ist der Untergang des Abendlandes zu sehen. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht. Ja. Ich kann dir das Video mal schicken, wie sie sich darüber auslässt. Das ist wirklich, ich hab nur mit dem Kopf geschüttelt. Ja, sie kann ja auch Hosen tragen. Ja. Und weiß ich nicht, was machen wir da noch so? Sich ein Schnauzbart wachsen lassen oder ankleben von mir aus. Keine Ahnung. Ich kenn auch Leute, was weiß ich, Robert oder so. Robert ist für mich der Inbegriff von irgendwie so Macho-Typ, weißt du. Aber trotzdem hatte der auch schon ein Kleid an. Weil es halt einfach witzig war für ihn so. Und deswegen wird der doch nicht irgendwie anders. Das ist so dumm, Alter. Ja, es gibt ja diejenigen Männer, die tragen aus Spaß ein Kleid, um sich lustig zu machen und die einen tragen ja wirklich gerne Kleider. Ja, na absolut. Aber nach ihrer Argumentation ist es trotzdem schlecht, wenn er aus Spaß ein Kleid trägt, weil das das klassische Männer-Frauen-Bild zerstört. Das ist so dumm, Alter. Die hat keine Ahnung. Wenn die wüsste, wie du schon sagst, vor 100 Jahren gewesen ist, wäre ihr Lebensstil oder wie sie rumläuft auch verteufelt worden von anderen Frauen. Ja. Oder von Männern auch. Apropos andere Frauen, kommen wir zu den Themen dieser Woche. Es gibt einen neuen Anwerber für das meist gedislikte Video auf ganz YouTube. Ich glaube, prozentual ist es auch schon da. Nicht die Menge an Dislikes, aber so prozentual. Ich kann mal gucken. Ich habe hier einen Screenshot von gestern. Ich kann gucken, wie es heute aussieht. Es geht um Amber Heard und Johnny Depp. Sagt dir das überhaupt irgendwas? Johnny Depp kenne ich, aber Amber Heard jetzt glaube ich nicht. Also das war ganz lange seine Frau. Ja. Und ganz kritisch, ganz, ganz kritisch. Sie hat ihn bezichtigt, sie vergewaltigt zu haben, sie irgendwie misshandelt zu haben, sie geschlagen zu haben. Daraufhin wurde, ach du Scheiße, Alter. Ich sehe es hier gerade. Man sieht halt bei dem Dislike-Balken, man sieht überhaupt gar keinen, keinen winzigen Schnipsel-Like. Ich schicke dir das mal bei Discord. Du kannst es dir selber angucken. Ach, die Story kenne ich tatsächlich. Genau. Und eigentlich hat sie ihn übelst misshandelt. Aber über Jahre hinweg war er der Assi, hat all seine Rollen verloren, hat seine Rolle in, hier diese Weiterentwicklung von, oder Vorgeschichte von Harry Potter, keine Ahnung, kenne ich nicht genau hier. Grindelwaldsdinger so. Genau, da ist er raus. Und jetzt hat sie so ein Video rausgehauen, wie sie 2020, also dieses Jahr zusammenfasst. Und da sagt sie so, Adapt and Survive. Also wenn ihr Amber hört, Adapt and Survive googelt, dann findet ihr das. Von Axis, heißt dieser YouTube-Kanal. Und dieses Video hat 1500 Likes und 172.500 Dislikes zu diesem Zeitpunkt. Man sieht wirklich nicht einen winzigen Schnipsel. Ja, ich sehe es gerade. Selbst bei dem, bei dem, ich glaube insgesamt wird wahrscheinlich auch noch Justin Bieber Baby die meisten Dislikes haben. Aber prozentual gesehen wird das hier ein neuer Rekord sein. Der Call of Duty Trailer damals wurde richtig weggehatet und selbst da, selbst da hat man noch ein bisschen Likes gesehen, ja. Aber hier, holy shit. Aber ich dachte, dass Johnny Depp freiwillig aus diesen Harry Potter Filmen zurückgetreten ist. Irgendwie aus Prinzip oder so. Jein, das war halt auch so ein bisschen irgendwie, ja, also wie es halt ist, ne. Wie damals bei Giga, so. David geht, aber auch nur, um nicht rausgeschmissen zu werden, so ungefähr. Und hier war es halt auch irgendwie so, ja, irgendwie können wir das gerade nicht tragen, würdest du bitte gehen? Ja, ich gehe freiwillig. So ungefähr. So habe ich es jedenfalls mitbekommen. Ach so, und kann es sein, dass jetzt vielleicht, wer macht denn nochmal Harry Potter, die Filme Warner Brothers, glaube ich, dass die zurückrudern und sagen, okay, jetzt wissen wir es besser, du warst gar nicht schuld, jetzt wollen wir dich zurückhaben. Und jetzt sagt Johnny Depp von sich aus, nö, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mich nicht mehr haben, jetzt will ich euch nicht mehr haben. Ja, ähm, soweit ich weiß, soweit ich weiß, ist das jetzt auch schon ersetzt worden, warte, äh, Mats Mikkelsen, genau, Mats Mikkelsen ist jetzt der neue Schauspieler. Finde ich eigentlich gut, ich meine, mich interessieren die Filme nicht, aber Mats Mikkelsen ist einfach ein geiler Typ. Das stimmt. ähm, ja, es ist halt einfach bitter, weil sie hat halt ihre großen Rollen noch, ich glaube, in Aquaman spielt sie eine große Rolle, sie wird halt nirgends rausgecancelt, obwohl sie die eigentliche asoziale ist, die ihn irgendwie blutig geschlagen hat, dann, äh, falsch, falsch verbreitet hat, dass er sie irgendwie angegangen wäre, obwohl er die ganze Zeit unschuldig war, es gibt auch Videos, wo die sich streiten und so, und, und sie setzt sich halt hier hin und sagt, ja, 2020, Adapt and Survive, man muss sich halt anpassen, um zu überleben, so, und sie ist halt, sie ist halt voll die Schlange, ja, und, und man guckt in die Kommentare, es sind halt 50.000 Kommentare und fast jeder Kommentar irgendwie, they won't believe you because you are a man, das ist ein Zitat von ihr, sie werden dir nicht glauben, weil du ein Mann bist, sie ist kein Victim, steht hier, das ist wirklich der meistgespammte Kommentar da unten, und, ähm, mal gucken, ob das noch irgendwelche Folgen hat, this person is a monster, why give her any spotlight, das ist, also ich, gab es da auch ein Gerichtsurteil oder irgendwas, eine Verurteilung vielleicht, das läuft halt seit 5 Jahren, das ist übelst insane, Alter, dieses, dieser ganze Prozess, echt 5 Jahre jetzt schon, dann ist eigentlich, äh, sie der Depp und nicht er, richtig, richtig, doch, Mann, 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 aber wenn man sich Johnny Depp so anguckt, von dem würde ich mich vergewaltigen lassen, ach, auch als, als, als alter Hetero, ja, na klar, nee, Johnny Depp ist halt einfach ein geiler Typ, also, der spielt natürlich jetzt jedes Mal nur noch, äh, Captain Jack Sparrow, plus minus, aber der ist eigentlich, der hat's schon auch ziemlich drauf, der ist sehr, sehr unique, muss ich sagen, ja, ich hab letztens, ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen und da ist er unglaublich gut, ja, ist, das ist nochmal auch noch eine andere Rolle, ne, ja, das ist ja jetzt, also, es ist auch Richtung, Richtung Captain Jack Sparrow, aber ganz anders, ja, nun gut, Amber Hurt, wir gucken mal, wie das ausgeht, auf jeden Fall, witziges Video, in Hinsicht auf die Dislikes zumindest, ist halt echt hart, als ich den Screenshot gemacht hab, waren's noch 111.000, also, seit gestern über 60.000 neue Dislikes, und das Video ist wann erschienen, vor zwei Tagen? Nee, mittlerweile vor zehn, aber das hat halt vor, vor zwei Tagen haben die Leute das erst gesehen, quasi, dann wurde es rumgehypt im Netz, was auch gerade durchs Netz gehypt wird, ist die Adresse von Böhmermann, die ist geleakt worden, von Corona-Leugnern, wir haben ja noch Berichte letzte Woche davon, dass er ein Video veröffentlicht hat, in seiner TV-Show, nach dem Motto, Oma glaubt nicht an Corona, und liegt bald im Koma, und das ist ganz fies angenommen worden, von den Corona-Gegnern, und jetzt haben sie seine Adresse geleakt, mit dem Hintergrund, dass man vor seiner Wohnung ein Autokorso starten soll. Oh Gott, Alter, vor allem Autokorso, das ist ja eigentlich fahren, also fahren die dann im Kreis vor dem Auto rum, äh, vor dem Haus rum, oder was? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber ist das passiert schon? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es nur, dass die Adresse geleakt worden ist, in der Telegram-Gruppe, und dass Böhmi da jetzt gegen vor geht, gerichtlich. Nehmt das zurück. So, und dann sagt das Gericht, ihr müsst das zurücknehmen, zack, ah, okay, wir haben jetzt alle die Adresse vergessen. Nee, ist ja schon ätzend so, gerade vor Weihnachten, wenn dann irgendwie alle wissen, wo du wohnst, und du so viele Feinde hast, da war ja nach der, nach der Staatsaffäre mit, mit Erdogan schon so abend dran, dass er sich versteckt hat und Bodyguards hatte, und es wird halt nicht besser für ihn. Ich hab mir jetzt ja nach dem letzten Mal Brennpunkt das Video angeschaut, und auch das von Anfang des Jahres nochmal gesehen, und muss auch sagen, alter Schwede, das, das sind die fucking wahren Snowflakes, die sich darüber aufregen. Es ist ja nicht mal so, dass da alle Rentner beleidigt werden. Es geht um eine Oma. Ja. Das heißt, jeder, der sich da angegriffen fühlt, sieht sich da irgendwie wieder. Da heißt es nicht in einer Zeile, ey, alle alten Menschen sind grad Umweltsau, alle alten Menschen sind grad Corona-Leugner. Nein, es geht um meine Oma. Da findet die Diskriminierung eigentlich in den Köpfen der Gegner statt. Das ist so dumm. Und nicht im Hauptwerk. Also ich find's auch jetzt nicht super, super, mega nice. Ja, also gibt besseres, aber das, also sich daran anzustoßen, das ist so dämlich, Alter. Ja, ich find's schon mega witzig gemacht. Gerade so in Anknüpfung mit der Umweltsau-Geschichte fand ich das wieder sehr rund von ihm. Aber ich bin ja eh ein Fanboy. Ja, die einzige Frage, die sich bei der ganzen Sache stellt, ist halt für mich so ein bisschen, ist es förderlich? Ist es wirklich förderlich? Und ja, unter dem Aspekt find ich's halt, glaub ich, nicht so geil. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form dazu beiträgt, dass die Situation besser wird. Man kann es vielleicht betrachten, so ein bisschen als Kritik an der älteren Generation, also durchaus, weil sie ja auch zuständig ist für, für Umweltschäden und jetzt zur Corona-Zeit sind ja auch vor allem ältere Leute auf den Corona-Demos, bei diesen Spaziergängen. Ich war ja auch letzte Woche auf einer Gegendemo hier in Weimar gegen diese Spaziergänger, gegen Corona und das waren halt zum großen Teil irgendwie alte Menschen. Die Jungen sind alle auf der Gegenseite. Ich würde zumindest sagen, auf Telegram sind jetzt nicht so die Senioren unterwegs. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wer sich wirklich befasst, ich meine, inzwischen ist ja auch das Internet bei den, bei den Boomern angekommen, bei den älteren Herr- und Damenschaften und wenn sie anfangen, sich einzulesen in diese ganzen Verschwörungstheorien. Hast du gerade Damenschaft gesagt? Damenschaft. Ah, okay. Herr- und Damenschaften, also auch Arschlöcher, die das betrifft und ich glaube, dass die Hürde gar nicht so hoch ist, sich Telegram runterzuladen. Ja, also, oh Gott, ey, da muss ich nicht wieder, Simply Sam scheißt mich immer an, dass ich Werbung für solche Idioten mache, aber wenn ich da jetzt Negativ-Werbung für mache, ich glaube nicht, dass aufgrund des heutigen Brennpunkts jemand zu, ich vergesse immer wieder, Munzor, nicht Munzor, Alter, Kebabhaus Weimar geht. Es war jetzt auch nicht super schlecht, also die Pizza, die ich hatte, fand ich eigentlich ganz gut, egal. Wir bleiben neutral diesem Unternehmen gegenüber. Genauso neutral, nein, ich stehe nicht neutral gegenüber, das sind übelste Idioten, Alter, Lion, Lion Media, hatte ich mal in einem Stream gezeigt. Alter Schwede, ey, ich würde es jetzt gerne abspielen, aber das ist so, oh, das ist so unangenehm, wie alleine der, der Sprecher da redet. Und ich weiß gar nicht, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, weil die halt so eine der Leute sind, die die Fahne hochhalten, kommt zu uns auf die zensurfreie Plattform Telegram. So wird das halt immer überworben, weißt du? Und also ich finde es aus dem Aspekt schon übelst ungeil, weil ich ja irgendwie vor vier Jahren diese Gruppe da gegründet habe und Telegram halt einfach für mich eine übelst geile Plattform ist. Und jetzt kommen die ganzen Spasten dahin. jetzt habe ich Spasten gesagt, Entschuldigung. Ich meine natürlich Spackos. Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, also Telegram sollte man auch nicht jetzt zutiefst verurteilen, weil da jetzt ganz Nazis rumhängen. Ich glaube, dass es trotzdem eine gute Plattform sein kann und ich nutze sie auch sehr gerne. Also eigentlich erst seit dir, seit der Nosterrafo-Geschichte. Aber ich bin jetzt einigen Telegram-Gruppen und Channels gefolgt. Ich finde, in der WhatsApp fehlt sowas zum Beispiel. Du bist wahrscheinlich auch bei Sharing is Caring und sowas, ne? Ja, genau. Ja, sowas ist ja auch nice so. Und jetzt kommen halt die ganzen Hildmanns hier rein und Wendlers und dann denken die, keine Ahnung, Alter, das ist, ah. Alleine am Anfang als, als, ähm, Böhmermann auch hier diese, diese Telegram-Gruppe, ich will es gar nicht Parodie nennen, es war für mich, aus meiner Sicht war es wirklich ein bisschen billig. Das war halt alles immer so, ha, 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 du in deiner verkackten Telegram-Gruppe. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, dieses Diskreditieren von der Plattform, finde ich irgendwie nicht so geil. Weil, klar ist das auch nicht super, ja, da, da hängt auch irgendwie ein Unternehmen hinter und so, bla, braucht man gar nicht groß ausführen. Aber ich finde es immer noch um Welten besser als sowas wie WhatsApp. Naja. Ja, sicher, von den Funktionen gehe ich da voll mit. Ich habe nur das Problem, dass ich halt nicht ganz so viele Menschen auf Telegram habe, es ist immer noch 80% WhatsApp, würde ich sagen. Und ich bekomme auch keine Benachtigung von Telegram, was mich übelst nervt. Ja, das ist halt komisch, das ist irgendwie fast nur bei dir so. Ich kenne sonst kaum jemanden. Aber ohne WhatsApp würde ich, wäre ich echt raus aus vielen Sachen. Also, ich habe ja noch eine Arbeitsstelle so, wo wir uns über, über WhatsApp austauschen und, und andere Gruppen, auch vom Theater haben wir immer WhatsApp-Gruppen, weil es einfach die meisten haben. vom Theater, ihr tauscht auch Sperma aus, ich weiß das genau. Speichel vor allem, ja. Aktuell nicht, aktuell nicht. Dann ist ja für dich das Problem eigentlich nur, dass die Leute, also, dass es nicht im Mainstream angekommen ist so, aber nicht die Plattform an sich, weißt du, sondern einfach, dass es zu wenig Leute haben. Ja. Was ich eigentlich nur sagen wollte, Lion Media, die sprechen jedes Mal gleich und beenden den ganzen Satz dann so. und dann gibt es auch die eine Person, die heißt Sidney Powell, aber der Sprecher sagt immer Sidney Powell, das geht mir so auf den Sack, Alter, ich könnte kotzen, wenn ich dir meine Reden zuhöre und es gibt, also wirklich, dieser Zuspruch, was dieser Trex-Kanal hat mit seinen 166.000 Abonnenten, holy shit, Alter, das ist immer Bullshit, es ist immer so, ah ja, das neue System, oh jetzt, der, hier, das Kartenhaus fällt, die Wahlworte von Hackern, wieder Bullshit, es ist alles, eine Woche später ist das alles die Bank, was sie sagen, dann wird halt irgendwie das nächste Mal eingelenkt, ja, oh ja, das jetzt, die letzte Chance, Trump wird das, könnte das Kriegsrecht, das fucking Kriegsrecht, Alter, oh, zu Trump kommen wir dann noch, aber oh, ja, ich hab die Wahl verloren, deswegen lass mal hier das Kriegsrecht ausrufen und lassen alles vom Militär hier regeln, oh, ist das alles dumm, ich könnte kotzen, egal. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich erinnert an diese Menschen, die manchmal so am Straßenrand stehen, so mit langen Haaren, langen Bärten und draufschreiben, der Untergang naht, das Armageddon kommt, treten sie noch schnell dem, unserem Glauben bei und so und Weltuntergang ist am 3. November 2020 und dann passiert nichts und die müssen sich jedes Mal neu revidieren und finden immer neue Ausreden, warum es nicht passiert ist. Ja. Trust the Plan, Tino. Welchen Plan denn? Na, das ist doch dieses, äh, dieses Q, Q ist der Plan quasi, Q hat den Plan, Q ist der Plan, ähm, Vertraue darauf, Tino. Aber Q sind die Bösen, ne, die, 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 die Kuh. Das ist eine blöde Kuh. Okay. Ja. Nee, kann man sich auf jeden Fall auch mal beschäftigen, da stehen zu, ich sage mal irgendwie 90 Prozent, oder so, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es confirmed ist, dass da zwei so ehemalige Age-Shan-Leute dahinter stehen, die jetzt auf die Philippinen geflüchtet sind, was uns zum nächsten Thema bringt. Tino, wie viel Bock hast du denn auf Sex mit Zwölfjährigen? Äh, tendenziell weniger. Weil ansonsten müsstest du dich jetzt ganz schnell beeilen, denn nach langem, langem Hin und Her wird das Age of Consent, ja, das Alter, in dem Kinder konsenten können zu Sex, wird jetzt in den Philippinen angehoben von zwölf auf sechzehn. Oh, nein. Von fucking zwölf, Alter. Meine Urlaubspläne sind geplatzt. Es ist, das ist echt so hart. Philippinen sowieso, lupenreine Demokratie. Duterte, Duterte, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, wahrscheinlich nicht französisch, aber egal, der ja einen großen Drogenkrieg führt, aber hier ist tatsächlich mal eine positive Nachricht, aber dass das überhaupt jemals bei zwölf war, die Philippinen sind ja auch irgendwie dieses, dieses, das Klischee-Land für irgendwie Sex-Traffic und Sex-Urlaub, natürlich gibt es dann noch für die, für die She-Mails irgendwie in Thailand und so, aber Philippinen hört man halt immer, ja, da muss man hin, wenn man Kinder will. Da gibt es ein ganz tolles Lied von der ersten Allgemeinen Verunsicherung, der heißt Samurai, der wandelt so ein bisschen diese, diese biederen, alten Säcke aus Deutschland oder Österreich, die halt nach, nach Thailand fliegen, um irgendwelche Frauen zu bezahlen für Sex, die, die ihre eigenen Tochter sein könnten. Sehr cooler, cooler Song, kann ich sehr empfehlen, nur so am Rande. Okay. Hab ich noch nie gehört, auch diese Band, abstrakter Name. Doch, die EAV, die haben so Songs gemacht, Ich bin der Märchenprinz oder Küss die Hand, schöne Frau, oder Banküberfall, die haben ganz berühmte 80er Jahre Songs gemacht. Hm. Na gut. Okay, okay. War nicht deine Zeit. Ich denke auch, ja. Aber schön für die Zwölfjährigen, das freut mich sehr, dass die jetzt noch vier Jahre warten dürfen. Bis zum ersten Sex. Alter, wenn ich mir überlege, Alter, zwölf Jahre, wie dumm und hohl ich mit zwölf war, wie dumm und hohl heutzutage, weiß ich, 15, 16-Jährige sind. Und jetzt, jetzt stell dir mal vor, du gehst zu so einer Zwölfjährigen hin und sagst, ey, hallo, willst du Sex? Und dann, dann überlegt die so kurz, hm, ja, okay, Deal. Was ist das denn? So ein fucking Dreckswanst, Alter. Auf der anderen Seite begleite ich ja auch so queere Jugendprojekte und da fällt mir auch auf, wie jung die Leute sind und sich schon sehr früh mit dem Thema Sexualität und Gender befassen und dass ich auch schon Leute getroffen habe, die sich mit zwölf, 13 total sicher sind, homosexuell oder bisexuell zu sein. Ja, das ist ja auch immer was anderes. So was kann sich immer ändern, keine Frage, aber dieses Bewusstsein, das kehrt offenbar immer früher ein, was auch durch die offene Gesellschaft kommt, dass man, dass man sich früher beschäftigen kann mit solchen Themen und das nicht mehr so runtergebrochen wird und, und verboten wird. Es ist doch auch was ganz anderes, wenn da irgendwie zwei Zwölfjährige irgendwie aneinander rumfummeln oder so. Ich habe auch mit irgendwie acht oder neun oder so Doktorspielchen gemacht, ja. Das ist ja was ganz anderes, aber dieses, oh, Alter, so ein Jo Olli, ne. Hey, sie ist zwölf, das ist ja legal. Oh. Es ist schon, es ist leicht ekelhaft. Ich kann mir vorstellen, dass es de facto dann da vor Ort ein bisschen anders war, dass es nicht wirklich immer so ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, Philippinen ist jetzt nicht so lupenrein. Aber in Japan zum Beispiel ist ja das, das Alter auch bei 13 oder 14, aber de facto ist es halt in den einzelnen Provinzen, anders geregelt, sodass es eigentlich bei 16 ist in den meisten Provinzen so. Vielleicht ist das hier auch so. Egal, war auf jeden Fall eine große Woche diese Meldung. War eine große Meldung diese Woche. Noch eine große Meldung war, was auch groß war, sind die Monolithen, die gefunden worden sind. Das war, glaube ich, schon letzte Woche, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Echt? Ja, nee, ich weiß, in zwei Wochen ist es jetzt so viral gegangen. Es wurden auf der Welt in verschiedenen Orten und Ortschaften solche komischen, wie kann man das bezeichnen, so Plöcke, Metallplöcke aufgestellt, gefunden. Völlig random und keiner wusste, wo die herkommen. und es gab die verschiedensten Theorien, ob es Aliens gewesen sind, die uns Nachrichten senden, ob es Künstler waren. Banksy wurde auch verdächtigt und jetzt scheint es wohl eine Lösung zu geben. Und zwar steckt angeblich eine Netflix-Serie dahinter. Eine große Werbeaktion, die ich sehr witzig finde, aber ich glaube nicht, dass das Thema jetzt so großen Anklang gefunden hat. Also ich habe das schon mitbekommen und mein Aluhut-Kumpel hat mir tatsächlich auch ein Video geschickt, wie aus so einem Monodyten, der übrigens sowas wie ein eckiger Zylinder ist, wenn man so will, der aus dem Boden ragt, der klappt auf und dann kommt ein tanzender Trump raus. Ich weiß nicht, ob das dann seine Art war, mit diesem Thema abzuschließen, weil ich ihn doch ein bisschen überzeugt habe. In meiner Wahrnehmung ist das auf jeden Fall so. Das ist das Ganze jetzt so ein bisschen ironisch. Ha ha, der Trump, der steckt überall, dahinter. Ich hoffe, das ist es so. Und ja, Monolithen. Also ich wusste gar nicht, dass das mehrere sind, aber wenn es wirklich eine Werbeaktion war, kann man sagen, war mal eine gute. Es gab wohl erst mal nur eins und dann sind verschiedene aufgetaucht, auch in Österreich. Wie heißt das? Schloss Schwanstein und so. Und es kann sein, dass eins immer auch... Schloss Schwanstein, ist das doch in Deutschland? Sicher? Sicher? Dann meine ich ein anderes. Das war eher schweizerisch. Aber ich dachte erst, dass es vielleicht auch Trittbrettfahrer gewesen sein könnten. Und als ich zum ersten Mal davon gehört habe, von diesem Monolithen, dachte ich auch, wie witzig wäre es denn, wenn ich selber einen aufstelle, irgendwie in Weimar. Bei jedem Tinder-Date stelle ich meinen Monolithen auf, Dino. Das sowieso. Seit Jahren. Ja, stell mal einen auf. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt, wo es klar ist, dass es eine Werbeaktion war. Ja, aber man kann ja irgendwas anderes irgendwo aufstellen. Vielleicht riesige Phallos-Symbole. Ich muss sagen, eine der kreativeren Aktionen in diese Richtung, ich finde das fast immer Panne, wie auch dieser komische Aufmarsch da von diesen komischen, ja hier, Masken für neugeborene Babys. Ja, dieses Anti-Masken-Scheißzeug. Aber was ich ganz kreativ fand, war, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr, als in Köln sich jemand hingestellt hat mit so einem Galgen, haben sich, glaube ich, drei an den Galgen gestellt und haben sich auf Eisblöcke gestellt. So von wegen, das Eis schmilzt und wenn das Eis schmilzt, sind wir tot so ungefähr. Das fand ich von der Aussage her ganz nice. Fand ich mal ganz kreativ. Ach so, so umweltmäßig. Ja, ist ein schönes Bild. Kann man auf jeden Fall dahinter stehen. Oder draufstehen, bis es schmilzt. Oder so. Ab und beschmilzt, Alter, es ist, wir haben einen fucking Dezember, an, wir hatten 14 Grad vor drei Tagen, Alter. 14 Grad. Ja, richtig geil. Es ist natürlich geil. Es ist übelst geil. Für mich als Skater ist es mega geil, aber für die Welt ist es nicht so geil. Also für die Menschheit. Die Welt überlebt uns schon. Was ich noch sagen wollte, das heißt wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ah, sorry. Wir haben über das Dings geredet. Umwelt, Eis. Eis. Ach genau, ich hatte euch Detektiv Conan, habe ich gelernt, wie man den perfekten Mord begeht, weil da gab es wohl mal einen Mordfall, wo jemand eine andere Person mit einem Eisblock erschlagen hat, weil dieser Eisblock ja, oder ein Eismesser, was glaube ich, einfach wegschmilzt. Ja. Dann kann keiner mehr herausfinden, wer diese Waffe angefasst hat, was es für eine Waffe gewesen ist. Gab es mehrere Folgen, es gab auch eine, wo ein Messer in Eis eingefroren war und die Person sich dann hat aufs Messer fallen lassen. Ja, genau, die kenne ich auch noch. Und sie wollte es wie ein Suizid, oder nee, sie wollte es wie ein Mord aussehen lassen, dabei war es aber ein Suizid. Voller Spoiler. Oh. Aber ich muss sagen, Detektiv Conan, ich gucke das auch heute noch und das ist eine der Serien aus meiner Kindheit, die am besten gealtert sind. Ja, ich mache auch den, 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 den Soundtracks hier, also die Titelsongs. Ey, der hat so viele Titelsongs, die sind alle auf ihre Art und Weise so ein bisschen scheiße, aber in ihrer Scheißigkeit so geil. Die Liebe kann nicht warten. Das ist so grausam, aber ich feiere das so hart, Alter. Naja. Ich liebe ja auch auf Spotify diese ganzen Anime-Hits und so, da habe ich echt mir alle runtergeladen und einfach auf Shuffle machen beim Kochen oder beim, beim Bus fahren, das ist riesig. Ich liebe es. Geil. Anime-Songs. Ich hatte mal die Idee, eine, eine Band zu gründen, die Anime-Songs covert. Den ganzen Abend. Zwei Stunden lang nur Anime-Intros covert. Gibt's noch nicht. Doch. Ist gut, ist gut. So erst recht halt auch so Kindheitslieder, die kommen immer gut an bei Besoffenen. Eben, wir kommen gerade in das Alter, also die Menschen, die damals diese Titelsongs gefeiert haben, sind jetzt erwachsen und gehen auf Konzerte. Das wäre voll das Ding eigentlich. Was macht keiner? Weißt du, was passiert, wenn du so eine, so eine Band auf einem Highfield bist und diese ganzen Besoffenen stellen sich vor die Bühne auf einmal, wird da eine Rock-Version von dem Pokémon-Intro gespielt, Alter? Ja, ja, geil. Die reißen die Bühne ein, so geil wird das. Das macht auch noch diese Band Eisbrecher, die haben mir damals auch den Poké-Rap und so eingespielt, eingesungen und der Gitarrist von denen hat das Pokémon-Thema gesungen und auf manchen Konzerten bringt die auch noch den Poké-Rap. Das ist super lustig. Nice. Was weniger lustig ist, ist Trump. Ich komme jetzt erst mal dazu. Wir können da noch andere Themen gerne ansprechen, aber das ist diese Woche mal wieder ein bisschen mehr gewesen, deswegen würde ich da kurz darauf zurückkommen wollen. Ich habe zu Trump gar nichts aufgeschrieben tatsächlich, nur eine Biden-Meldung, dass er geimpft worden ist, aber sonst... Also der hat diese Woche ich glaube 16 Leute eine Begnadigung gegeben, viele davon absolute Kriegsverbrecher, die unter anderem Frauen und Kinder ermordet haben. Nicht getötet, sondern wirklich ermordet. Ja, also nicht irgendwie huch, die sind mir hier in Aserbaidschan aus Versehen vor die Flinte. Nein, es war Mord. Das ist auch alles bestätigt. Die hatten auch teilweise halt einfach Geständnisse, die waren verurteilt und haben aber in der Vergangenheit zu Trumps Gunsten gelogen und jetzt werden sie begnadigt. Und das lässt natürlich absolut überhaupt diese Macht in Frage stellen, ob das so gut ist, weil die wurden alle diese ganzen... Also Amerika beziehungsweise die USA sind eine sehr, sehr alte Demokratie und da hat sich bis heute nicht so viel verändert. Und diese ganzen Gesetze und Richtlinien, wie auch diese Macht, diese Begnadigungen auszusprechen, wenn die halt mit dem mit dem naiven Ansatz gemacht werden, dass es immer nur rechtschaffende Präsidenten gibt. Ja. Dann ist das natürlich ganz toll. Aber wenn dann einer, der reinkommt, der das ausnutzt, also es spricht, rein theoretisch spricht nichts dagegen, dass Trump einfach all seine potenziellen Gegner umbringen lässt von irgendwelchen Hitmen und die dann begnadigt. Rein theoretisch spricht da nichts dagegen. So. Muss man natürlich gucken. Ja, stimmt. Aber alleine das ist völlig absurd. Um aber von diesen Begnadigungen abzulenken, hat er jetzt den nächsten Move gemacht. Es gab einen, einen, einen Bill, also ein neues Gesetz sollte rauskommen vom Kongress, das, äh, 600 Dollar gibt an jeden Amerikaner. Also nochmal so ein, ähm, wie sagt man? Ich komm grad nicht drauf. Ein Corona-Bonus. Ja, ja, aber es gibt da so ein, so ein, so ein Wort, was halt immer durch die Medien gepeitscht wird. Ich komm grad nicht drauf. Stimulus, genau, ein Stimulus-Check. Und da hat Trump tatsächlich gesagt, 600 ist zu wenig, ich möchte, dass das 2000 sind. Wow. Wo er übrigens den guten Joe Biden out-leftet hat. Joe Biden hat selbst gesagt, äh, das sollte lieber nicht so viel sein. Das ist einfach, fucking Bernie hätte es sein sollen. Egal. Ja. Aber Trump hat jetzt gesagt, nee, ich möchte, dass da 2000 drin sind. Und das wurde jetzt von seiner Partei, von der Grand Old Party, von den Republikanern am 24. geblockt. Dieses Gesetz. Oh, nein. Nein. Und da sagen jetzt selbst, ich bin ja wie gesagt auch echt oft in konservativen Formen und guck so, was die Leute darüber sagen. Und selbst die konnten sie überhaupt nicht nachvollziehen, haben dann gesagt, ey, diese Georgia-Wahl, die ja noch aussteht, die den Senat entscheidet, ihr verliert die. Also jetzt habt ihr wirklich am fucking Heiligabend, okay, ist ja auf der 25. ist wichtiger in Amerika, aber ist egal. Hm. Am 24. den Leuten, die gerade am Verhungern sind, diese 2000 Euro verwehren. Eigentlich müssten es monatlich 2000 sein, ja. Ja. Im Vorfeld war es auch noch richtig dumm, als es noch diese 600 Ding war. Die machen nicht einfach nur ein Gesetz, wo es dann heißt, okay, alle kriegen 600 und fertig. Nein, das war ein 5500 Seiten langes Ding, wo dann tausend andere Sachen drin standen, auch unter anderem, dass halt ganz viele große Konzerne noch Geld bekommen und Militärbudget und an ein paar Freunde, Israel oder sowas, ich weiß es nicht, ganz viel war da mit drin. Und die ganzen Leute vom Kongress hatten zwei Stunden Zeit, sich das durchzulesen und mussten dann Ja oder Nein voten. In zwei Stunden 5000 Seiten. Es ist völlig absurd. AOC, also hier die junge Latina, die mit Bernie Hand in Hand geht quasi, die hat auch gesagt, das ist quasi, das ist wie Hostage-Taking, also entweder du sagst Nein, weil du es nicht lesen konntest und gibst aber dann den Leuten das Geld nicht, was sie dringend brauchen oder du sagst ja und stimmst irgendeine Scheiße zu, die du niemals in der Zeit hättest lesen können, auch nicht, wenn du dir das mit einem Team aufteilst. So, also völlig absurd, absolut völlig absurd und da habe ich gelesen, dass George Bush tatsächlich mal irgendwie das gesagt hatte, dass das nicht mehr sein sollte, dass so komplexe Gesetze oder halt Bills, das ist ja nicht ein Gesetz, sondern ein Beschluss quasi einfach nur, dass die so formuliert werden, sondern dass die einfach klar so einzelne Dinger raushauen und nicht so ein Konglomerat von Scheiße, Alter. Das ist jedes Mal, wenn ich mich in Amerika reinlese, ich schüttel immer wieder mit dem Kopf, ey, es ist so absurd. Naja, aber das alles, wie gesagt, dieses ganze To-Waboo mehr oder weniger, um von diesen Pardons abzulenken, Charles Kushner, quasi der Vater von Jared Kushner, seinem Schwiegersohn, also Trumps Schwiegersohn, Roger Stone, ganz viele berühmte Namen dabei, die man jetzt, Manafort zum Beispiel, Alter, habe ich auch gelesen, das ist auch alles bestätigte Sache, Manafort hat irgendwie seine Frau gezwungen, mit ganz vielen Männern eine Orgie zu machen, während er zuguckt, also das muss auch eine ganz interessante Persönlichkeit sein und absolut. Eine sehr offene Beziehung. Ja, also sie hatte da halt irgendwie nicht so Bock drauf. Ach so. Ja. Dann offen für ihn, für sie nicht. Sie war auf jeden Fall sehr, sehr offen für sehr, sehr viele Männer. Ja. Gegen ihren Willen. Ja, also, das ist schon wieder eine absolute Shitshow, was da in Amerika abgeht. Aber es bleibt nicht, es bleibt spannend, so rum, es wird nicht langweilig. Ja, nur so als, als Blick auf Russland, ich habe gerade noch gelesen, dass Putin wohl, da er eh bis 2036 theoretisch Präsident sein, äh, bleiben könnte, dass er jetzt ein neues Gesetz verabschiedet hat, dass er bis zum Tod immun ist gegen, gegen Strafverfolgung. Und das betrifft wohl alle ehemaligen Staatschef und ihre Familien. Leben lang Immunität. Das ist, glaube ich, vor einem Monat oder so schon ausformuliert worden. Jetzt ist es, glaube ich, in Kraft getreten oder so. Außerdem, hatte ich noch irgendwas gelesen, in Russland darf dann jeder, jeder Präsident einfach direkt in den, in den Senat, da gibt es dann auch irgendwie so einen Senat oder irgendwie sowas darf da irgendwie. Also lebenslang auch. Genau. Da muss ich sagen, das ist doch eine Diktatur. Ich weiß nicht, was solche, solche rechtsgesinnten Putin-Fans da eigentlich den ganzen Tag so lesen und was sie von sowas denken. Ich würde gerne mal in so einer Gruppe von Corona-Leugnern und Putin-Fans, die Merkel als Diktatorin bezeichnen, einfach mal so eine Gegenüberstellung machen, was Merkel darf, was sie bekommt und was in Russland so passiert, was Putin alles erlassen hat. Das sind doch signifikante Unterschiede. Dass das nicht gesehen wird, verstehe ich halt nicht. Aber Tino, das sind Fakten. Fakten interessieren doch nicht. Ja, ich weiß. Naja. Egal, jetzt haben wir wieder so viel über Politik geredet. Eine Sache muss ich noch von einem Führer der Welt erzählen, von Bolsonaro, von Brasilien. Aber das ist ein bisschen Witziges einfach. Ja, das muss auch mal wieder sein. Bolsonaro hat gesagt, dass die Covid-Impfung könnte Menschen in Krokodile oder haarige Ladies mit Bart verwandeln. Ja, keine Frage. Das ist alles. Die Impfnebenwirkungen auch von anderen Krippekrankheiten und von Tetanus. Ich war auch eine Woche in den Huhn. Das ist schlimm, ne? Das geht ganz schnell. Oh, ganz nervig, Alter. Ganz nervig. Ich will es einfach nur mal ganz kurz zum Arzt. einen Tag später hast du fünf Eier gelegt. Ja. Das war doch der gleiche Typ, der auch gesagt hat, dass Schnitzel mit Pommes Männer homosexuell machen. Kann sein, ja. Ich kann nur jedem mal empfehlen, bei YouTube zu suchen Bolsonaro doing Push-Ups. Sehr, sehr witzig. Geil. Aber ab und vor Push-Ups, ich habe einen Trend voll verpasst. Wir wollen ja auch so ein bisschen das Jahr vielleicht auch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Ich habe, also hast du gehört von der Shampoo Challenge? Nein. Ich war über die Arbeit neulich auf einem queeren Blog unterwegs und es gab eine Shampoo Challenge, wo Leute, also Männer, also Menschen mit Penis, haben sich fotografiert, nur in Unterhose, mit einer Erektion, wie sie ein Shampoo getragen haben auf ihrem Penis. Aha. Das ging auf Twitter voll viral und auf Instagram. Das finde ich ja unfassbar. Also du meinst, dass du einen erigierten Penis nach vorne gestreckt hast und darauf balancierst hast du eine Shampoo Flasche. Ne, zur Seite eher. Also du hast so eine enge Unterhose an und dass dein Penis quasi an deinen Körper noch gedrückt ist, aber erigiert ist und dann du darauf eine Shampoo Flasche stellst und dich dann fotografierst, wie diese Shampoo Flasche auf deinen Penis balanciert. Aha. Okay. Das ging völlig an mir vorbei. Das kann man doch nur auf Twitter posten, oder? Welches andere Social Media erlaubt das denn? Ich dachte auch Instagram, aber wahrscheinlich eher doch nicht. Aber auf jeden Fall Twitter und das fand ich unfassbar krass. Ich gucke hier mal nach Shampoo Challenge. Da scheint es auch ein Video zu geben oder halt einen Song irgendwie dazu oder wie ist das? Shampoo Challenge. Das ist ja albern. Jetzt sehe ich es, Tino. Ja, ne? Das ist ja richtig dumm. Ist das nicht krass? Ja, das ist ja richtig dumm. Das sind noch Trends, die ich viel mehr sehen möchte. Oh, ist das dumm. Das ist ja richtig dumm. Warum muss es denn Shampoo sein? Man kann doch alles auf seinem Schwanz balancieren. Und Menschen mit Brüsten können ja zwischen ihre Brüste vielleicht diese Flaschen so halten, weißt du? Oder auf den Brüsten drauf, dass man für alle eine Shampoo Challenge einführt. Ja. Alter, hier ist einer, der hat drei Shampoo Flaschen auf seinem Schwemmes. Respekt. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Das könnte ich gewesen sein. Das ist glaube ich mein Bild. Gott, ist das dumm. Ist das dumm, Alter. Witzig. Ja, also dann challenge ich jeden Zuhörer mal, der einen Mikropenis hat, bei dieser Challenge mitzumachen, weil das finde ich diskriminierend, Dino. Es gibt ja auch so kleine Testflaschen. Ach, aus dem Hotel geklaut, diese Dinge. Ja, zum Beispiel. Geht ja auch. Hat mir Dion ein paar mitgebracht. Vielleicht schon bald in der Nostera 18 Gruppe die ersten Shampoo Challenges. Ich bin gespannt. Doch. Ich werde das, ich werde das jetzt mal in die Gruppe schicken und schlage den Shampoo Samstag vor. Wir können ja eine, eine Art Gewinnspiel draus machen, dass wir Shampoo verschenken an, an Verlosen, an diejenigen, die das einreichen oder so. Keine Ahnung. Ich finde das mega witzig. Großartig. Einfach nur großartig, Dino. Aber ab 18. Ganz wichtig. Why isn't this Shampoo Challenge more popular? Frag ich mich auch. Ja, großartig, Dino. Wirklich groß. Was noch immer mehr populärer wird, ist Corona. Um das nochmal am Ende anzusprechen. Oh ja. Jetzt ist ja eine ganz tolle Mutation gerade auf dem Weg in die Charts der großen Viren. Und diese Corona-Mutation, die ist wohl zu 70% ansteckender. Ja, genau. Die meint ich, die jetzt auch in Japan ist. Genau. Und inzwischen ist es sogar so, dass Krematorien in Deutschland überfüllt sind und auch die ersten Ärzte schon Triagen einführen mussten. Das heißt, sie mussten abwägen, wie in Italien im ersten Lockdown, wen sie retten, wen sie nicht retten. Und da hat ein Uniprofessor auf Twitter gepostet, dass es theoretisch und praktisch möglich ist, dass Ärzte Corona-Leugner nicht behandeln. Aha. Wenn sie abwägen müssen, sie haben nur noch ein Beatmungsgerät, haben hier zwei ungefähr gleich fitte Menschen vor sich liegen und der eine ist wohl ein bekannter Corona-Leugner und der andere ist keiner, dann dürfte er entscheiden, so habe ich es zumindest verstanden in seinen Tweets, dürfte er sich gegen den Corona-Leugner entscheiden, dass er den anderen rettet. Hm. Weil er ja auch abwägen muss, bei wem macht es mehr Sinn und wenn du da jemanden vor dir liegen hast, der eh nicht an diesem Virus glaubt und vielleicht noch mal bald ins Krankenhaus kommt, weil er leichtsinnig ist, macht es rechnerisch eher Sinn, den zu retten, der sich vor Corona schützt. Das fand ich ja sehr spannend. Also ich will das nicht jetzt befeuern und gut finden, ich will nur sagen, dass es möglich ist. Offensichtlich. Ja. Rechtlich. Ich habe mich auch in diesen Kreisen echt rumgetrieben diese Woche, weil ich so einen Song gefunden habe, irgendwie Deutschland zeigt dein Gesicht die Hymne. Das soll angeblich, also laut der Zuschauer des Videos, soll das die neue Nationalhymne werden. So von wegen, oh ja, Deutschland, mach die Maske weg, bla bla bla. Zeig dein Gesicht und so eine Krütze, Alter, so eine Krütze. Ey, ich verstehe nicht, was die Leute haben, dann sollen die sich doch impfen lassen und die Impfgegner in Ruhe lassen. Oh, Alter, wenn es so einfach wäre. Ja, also das hat halt auch irgend so ein Doktor gesagt, das ist ein ziemlich beschissener Doktor, wenn der noch nie von Herdenimmunität gehört hat. Es ist so dumm alles, es ist so dumm. Ich bin echt froh, wenn das vorbei ist. Es gab es wohl auch einen Arzt, der seine Zulassung verlieren könnte, weil er halt scheinheiligerweise diese Attests ausgestellt hat gegen diese Maskenpflicht und so weiter. Da hat das wohl relativ willkürlich betrieben aus Überzeugung, dass Menschen, seine Patientinnen keine Masken mehr tragen müssen und er ist eh so ein Corona-Leugner und findet das alles nicht so schlimm. Und ich finde es gut, dass endlich jetzt auch die Ärztekammern und so weiter handeln und gegen solche Menschen vorgehen. Ja. Weil es ist keine Meinung. Ich finde, es ist keine Meinung, Fakten zu verleugnen. Das ist für mich keine Meinung und ich verstehe es nicht. Ist richtig. Also wenn man es einfach hochrechnen würde und sagen würde, ja okay, da kann man auch wieder argumentieren mit Wahrnehmung und so, aber wenn man halt sagen würde, irgendwie blau ist für mich nicht blau, dann ist es ja irgendwie auch komisch, das als Meinung zu bezeichnen zumindest. Ganz, ganz schwierig, wenn du mich fragst, ganz schwierig. Was ich auch schwierig finde, ist diese Woche zu bewerten, Tino. Ja. Also an sich ist nicht so viel los. Das kulminiert auch darin, dass ich zu Heiligabend zu Hause saß, meine Wohnung geputzt habe und gebadet habe. Wow, schön. Ja, äh, ich weiß nicht. Ich bin, dieses Amerika-Ding, äh, okay, Shampoo-Challenge ist glaube ich nicht diese Woche entstanden. Nee, nee, nee. Auch das Harry Styles-Ding habe ich noch von letzter Woche mitgenommen. Also das mit dem meist gedislikten Video finde ich ehrlich gesagt ziemlich witzig. Dieses ganze Amber-Hurt-Ding, war widerlich. Aber an sich bin ich eher bei so vier vielleicht. Na, vier wollte ich auch gerade sagen. Vier ist es eher. Also, mal gucken, was mit den Stimulus-Checks jetzt noch rauskommt. Aktuell sieht es halt wirklich so aus, als würde Trump eher mit den Demokraten zusammenarbeiten, als mit den Republikanern. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich glaube, in den letzten Wochen seiner Amtszeit, also da passiert wirklich noch ein Knaller. Apropos Knaller, das ist die letzte Folge dieses Jahr. Ja, stimmt. Aber ich würde sagen, so Jahresrückblick machen wir dann in der nächsten Folge. Würde ich auch sagen. Und ich finde es auch sehr spannend, wie man mit Trump in der Zukunft umgehen wird, weil es gab ja öfter so Events, bei denen sie ehemalige Präsidenten eingeladen und geehrt haben. und wie es bei ihm aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er eingeladen wird, dann die anderen sagen, wie jetzt Bush, Clinton und so und Obama, dass sie nicht auftauchen wollen, wenn Trump dabei ist. Also es wird noch ganz, ganz spannend werden, was Trumps Vermächtnis ist. Auch wenn er mal stirbt irgendwann, der wird ja auch eine große Beerdigung bekommen und das könnte ziemlich leer aussehen. Also in meiner idealen utopischen Welt ab dem 20. Januar kräht kein verfickter Hahn mehr nach ihm. Er schreibt wieder irgendeine Scheiße oder stachelt Leute an, macht irgendwas, was irgendwie Gewalt hervorrufen könnte, wird daraufhin von Twitter gelöscht, weil er keine geschützte Person mehr ist, sondern ein normaler Mensch und dann hält er einfach seinen Maul. Dann soll er halt zu Telegram gehen, da kriegt er aber nicht die Reichweite, glaube ich. Ich calle das Gegenteil und glaube, dass er nach der Präsidentschaft noch richtig auf den Putz haut mit seinen Meinungen und dann eigene Talkshows kreiert und so. Ich glaube, man wird noch Sachen von ihm hören. Trump TV ist ja seit Langem so als Theorie da, dass er bei Fox News jetzt sehr viele Zuschauer verloren hat, weil die radikalisierten Leute da abgewandert sind, als sie plötzlich gesagt haben, der Biden hat gewonnen, das gefällt mir nicht, das ist nicht mein Narrativ und da ist jetzt so, ja, One America News Network und Newsmax, Newsmax, dass die irgendwie so aufgekauft werden und zu Trump TV irgendwie zusammenschmelzen oder sowas. Mal gucken, aber eigentlich soll der einfach seine Schnauze halten, Mann, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab noch zwei kleine Ratnotizen fürs Ende, die ich ganz schnell einwerfen möchte. Und zwar eine ist eine virale Sache, die bei Wrestling gerade umgegangen ist, denn dass die WWE jetzt versucht, richtig radikale Momente zu schaffen und letzt, also von einem halben Jahr hat Rey Mysterio in einem Match ein Auge verloren, also nur in der Geschichte und das war so ein ekel Moment, da war das Match quasi, wer dem Gegner ein Auge aussticht hat, gewonnen und jetzt, und jetzt, und jetzt gab es letzten Sonntag ein, ein Inferno-Match, das heißt, man muss den Gegner anzünden und das, das gab es schon mal in der Geschichte, dass mal so ein Fuß gebrannt hat oder so ein Arm gebrannt hat, aber dieses Mal hat Randy Orton meinen aktuellen Lieblings-Superstar Bray Wyatt, diese Horrorfigur, die ich auch bei mir zu Hause rumstehen habe, Jessica, wurde im ganzen Leib angezündet, das heißt, sie haben dann weggeschnitten und Randy Orton holt ein Feuerzeug und Benzin und dann wurde quasi Bray Wyatt im Ring durch eine Puppe ausgetauscht, die aber sehr echt aussah und ganz leibig verbrannt, einfach. Und das war, das war richtig schlimm, das sah richtig schlimm aus. Und ich dachte noch so, und ich dachte noch so, das ist also, das ist Kampfsport, super. Alter, die haben den Shark gejumpt, alter Tino. Ja. Die haben die Bullet gesplittet, da geht nichts mehr drüber, durch dieses Jahr 2020, weißt du, da ist so viel Scheiße passiert, wir sind um ein Haar am Dritten Weltkrieg vorbeigeschrammt, da musst du halt jetzt die richtig schweren Geschütze auffahren, um die Leute noch in der Ofer zu holen. Weil der WM-Eber hat Menschen verbrannt. Ja. Und eins noch, was ich witzig fand, das ist eher so eine Instagram-Meldung, die ich gesehen habe, es gab wohl ein Experiment von einem Fotografen aus dem Sauerland, der hat eine 4 GB Datei, wollte er in ein 10 Kilometer entferntes Druckereigeschäft schicken. Ah ja. und hat das per Internetversand, was drei Stunden dauerte und über einen Pferdeboten, was nur eine Stunde dauerte, also ein Drittel, hat das Pferd gebraucht. Großartig. Dass das Internet in Deutschland so langsam ist, dass ein Pferd schneller ist als das Internet. Und das finde ich sehr bedenklich. Gibt es ein ziemlich gutes Video von Simplicissimus zu dem Thema, warum in Deutschland das Internet so scheiße ist. Ja, kenne ich. Ja, okay. Kann ich an dieser Stelle empfehlen. Aber Tino, meine Frage, gibt es denn schon Wrestler, der immer mit Sprengstoffgürtel in den Ring kommt? Vielleicht wäre das was für die Zukunft. Es gab was Ähnliches mal in den 2000ern, kurz, also auch rund um 9-11, glaube ich tatsächlich, aber das war unbeabsichtigt. Da hatte der Undertaker einen Gegner, der hieß Mohamed Hassan, aber der war irgendwie Italiener eigentlich, ist egal. Und der hatte so eine Gefolgschaft, die wie Terroristen aussahen, so mit Sturmmasken und so, wie halt so Al-Qaida-Kämpfe aussahen, haben den Undertaker im Ring vermöbelt. Witzig. Also das, die spielen schon. Die haben doch alle immer so Special-Moves, ne? Also Kevin Nash, der hatte immer seine Powerbomb zum Beispiel und Goldberg, der hatte seinen Spear-Tackle und so und da kommt dann halt einfach so ein Typ rein und sein Special ist, dass dann irgendwie so ein Flugzeug, so ein aufgepustetes Flugzeug in den Ring fliegt und dann sprengt er sich in die Luft. Das ist doch geil. Das wäre witzig, das stimmt. Dann muss ich auch wieder Wrestling gucken, Mann. Aber das Dings, was du beschrieben hast, kannst du mir auf jeden Fall auch mal schicken. Schicke ich dir gerne, ja. Nice. Gut, dann verbleiben wir so. Das tut aber irgendwie gerade weh in meinen Ohren. Was ist das denn? Au! Die laute Musik. Oh, 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 oh. Das ist laute Musik. Ich war so lange nicht auf Party, ich hätte es fast nicht erkannt, Tino. Na gucken, vielleicht nächstes Jahr, Tino. Vielleicht nächstes Jahr. Guten Rutsch an alle Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, liebe Leute. Ciao, ciao. Bitte. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020